Guten Tag meine lieben Mitmenschen und herzlich willkommen am Samstag, den 27. April. Das ist der Gedenktag des heiligen Petrus Canisius, der in der Zeit nach dem Konzil von Trient von ausschlaggebender, nicht zu überschätzender Bedeutung für den Neubeginn der katholischen Kirche in Deutschland war. Deutschland allerdings, das hören Sie gleich an den Orten seiner Wirksamkeit, war jetzt nicht unsere Bundesrepublik, sondern das war das Gebiet des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nationen und überall hat dieser unwahrscheinlich fleißige, kluge, fromme und vor allem gescheite Jesuit gewirkt. 1521 in Nimwegen geboren und 1543 Jesuit in Mainz, 1546 Priester und dann war er unterwegs in Ingolstadt, Wien, Prag, Augsburg, Innsbruck und München. Er war beim Trienter Konzil dabei und hat vor allem mit den Katechismen bis in unsere Tage hinein wichtige Spuren in der Glaubensunterweisung hinterlassen. Gestorben ist er am 21. Dezember 1597 in Fribur in der Schweiz, wo er auch begraben liegt. Das, was wir heute aus der Apostelgeschichte hören, da kann man schon auch an diesen großen Mann denken. Am Sabbat nach der ersten Predigt des Paulus in Antiochia versammelte sich fast die ganze Stadt, um das Wort des Herrn zu hören. Als die Juden die Scharen sahen, wurden sie eifersüchtig, widersprachen den Worten des Paulus und stießen Lästerungen aus. Paulus und Barnabas aber erklärten freimütig, euch musste das Wort Gottes zuerst verkündet werden. Da ihr es aber zurückstoßt und euch selbst des ewigen Lebens für unwürdig erachtet, siehe, so wenden wir uns jetzt an die Heiden, denn so hat uns der Herr aufgetragen. Ich habe dich zum Licht für die Völker gemacht, bis an das Ende der Erde sollst du das Heil sein. Als die Heiden das hörten, freuten sie sich und priesen das Wort des Herrn und alle wurden gläubig, die für das ewige Leben bestimmt waren. Das Wort des Herrn aber verbreitete sich in der ganzen Gegend. Die Juden jedoch hetzten die vornehmen gottesfürchtigen Frauen und die ersten der Stadt auf, veranlassten eine Verfolgung gegen Paulus und Barnabas und vertrieben sie aus ihrem Gebiet. Diese aber schüttelten gegen sie den Staub von ihren Füßen und zogen nach Ikonion und die Jünger wurden mit Freude und Heiligem Geist erfüllt. Ja, da ist die heillose Spaltung schon zu spüren, die so viel Unglück vor allem über die Juden gebracht hat, die dann von den Christen infolge solcher Entwicklungen an vielen Stellen bedrückt und auch verfolgt, geängstigt und mit Gewalt überzogen wurden. Dem Paulus hätte das nicht gefallen. Wenn es hier in der Apostelgeschichte heißt, weil die Juden sehen, wie viele Leute Paulus zu seiner Predigt gewinnt, werden sie eifersüchtig und deswegen machen sie ihnen so viele Schwierigkeiten. Das ist ja gehässig. Vielleicht liegt es nicht daran, dass sie eifersüchtig sind, sondern dass die Grundbotschaft Pauli und der aller christlicher Verkündigung, Jesus ist der Herr, nicht an sie geht und von ihnen nicht akzeptiert werden kann. Und das ist bis heute so. Der Glaube Jesu verbindet uns, hat, glaube ich, Pinchas Lapide, der Freund und Kenner des Christentums mal gesagt, der Glaube Jesu verbindet uns und der Glaube an Jesus trennt uns. Und so war es damals und so ist es bis heute und geht eigentlich nicht anders. Aus den Schriften, in der Übung ihrer Religion gibt es keinen Weg zu Jesus als dem Messias und Sohn des lebendigen Gottes von jeher und ewig. Das kann nur so geschehen, wie es Paulus passiert ist, dass Jesus selber sich meldet und sagt, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Ich bin doch, ich bin doch Fleisch von deinem Fleisch und ich bin doch für euch vor allem gekommen. Nur so kann es gehen. Jesus muss sich ihnen bezeugen. Kompromittieren können wir unsere christliche Botschaft nicht. Das geht nicht. Petrus Canisius hat einmal gesagt, in Glaubenssachen den Sektierern nachzugeben, geht nicht an. Kompromisse beschleunigen nur den Untergang der Religion. Also die Juden sind keine Sektierer, wirklich nicht. Aber sie sind halt an zentraler Stelle andersgläubig. Und wir können uns nicht abhandeln lassen, dass wir Jesus als den Christus bekennen. Das ist der Grund, auf dem wir stehen. Also nur Gott kann uns zusammenbringen. Und er tue es bitte und zwar, wenn es geht, bald. Gott segne und behüte sie alle.